Jeder kennt sie, die typischen Speisepilze, Pfifferlinge, Steimpilze oder Champignons. Aber das sind definitiv noch nicht alle. Sabine Herkner hat schon über 150 verschiedene Speisepilze in unserer Region gefunden. Bei ihrer Suche achtet die leidenschaftliche Schwammerlsammlerin hauptsächlich auf die Pilzarten, die für gewöhnlich jeder stehen lässt. Zum einen ist das Rot von diesem, der heißt harter Zinnober-Täubling, weil er einen sehr harten Stiel hat. Und wirklich, den kannst du nicht mal zerdrücken, so hart ist der. Zinnober, weil er so Zinnoberrot ist und das ist immer so ein mattes Rot. Selbst wenn es regnet, ist das immer so blass und matt. Und bei dem Spei-Täubling, der, wenn es regnet, da glänzt der richtig, wie wenn er einen Lack drüber hätte. Und der hat meistens einen rotüberhauchten Stiel und der immer einen schneeweißen. Der Zinnober-Täubling, wenn älter ist, der hat eine cremefarbene Sporenpulver. Das heißt, die Lamellen bleiben nicht weiß, sondern die werden so cremefarben. Creme-Gelb, wohingegen der Buchenspei-Täubling, schneeweiß ist unten drin. Der hat eine weiße Sporenpulver, der wird nicht gelb. Das sind dann so die Meeren, der ist auch viel weicher, den kann ich jetzt hier zusammendrücken. Den hier, der ist so fest, da kann ich gar nichts. So ältere Pilze lasse ich von dem Zinnober-Täubling stehen, aber so junge jetzt hier, wenn die keine Würmer haben, das ist jetzt kein Pilz, den ich jetzt nur einzeln braten würde, wobei im Bayerischen Wald machen es. Da sagen die zu diesem Täubling Sisserl, weil der sehr süßlich im Geschmack ist, wenn man den alleine brät. Nach einer knappen Stunde ist der Korb schon ziemlich voll. Kein Wunder, denn Sabine Herkner weiß, wo die Pilze nur so aus dem Boden sprießen. Wir brauchen ja jetzt erstmal die Stellen, wo es feucht war. Und das sind eben die Wege selber, oft am Mittelstreifen kann man auch mal was finden, kommt auf den Weg drauf an. Wenn es ein sehr musiger Weg ist, wachsen die direkt am Weg und ansonsten so am Rand, wo es also erst hingeregnet hat, findet man jetzt was. Und da muss man jetzt ein bisschen Ausschau halten. Braucht man jetzt nicht so viel Energie? Oh, da haben wir ja ganz was Schönes. Einer meiner Lieblingspilze, das ist ein Täubling. Viele Leute trauen sich an die Täublinge nicht ran, weil es ein Lamellenpilz ist. Ist ein hervorragender Speisepilz. Überhaupt unter den Täublingen gibt es sehr viele, sehr gute Speisepilze und natürlich auch welche, die ungenießbar sind. So wirklich giftig ist da keiner in der Gattung. Da gibt es auch eine Täublingsregel und die besagt, das zeige ich euch mal. Jetzt holen wir den raus. Prächtig. Eine Farbe, Wahnsinn. Das ist der grün gefelderte Täubling. Man sieht genau, wo der Herr, der seinen Namen hat, von diesen grünen Feldern. Täubling, weil es ein Täubling ist. Täublinge haben nie eine Manschette oder einen Ring. Haben auch nicht irgendwelche Tüpfelchen, jetzt wie die Pantherpilze, die wir heute schon gehabt haben, die ja Velumreste, also Hüllreste obendrauf haben. Das hat der nicht, sondern das ist die Maserung vom Hut eben. Sehr konische, gerade Stiele. Immer sehr feste Pilze, brüchig. Wenn ich jetzt den Stiel brechen würde, würde das knacken wie ein Apfel. Das sind Sprötblättler. Und wenn ich sichergestellt habe, dass ich einen Täubling habe, kann ich den auch mal testen. Das heißt, ich nehme hier ein bisschen was aus der Lamelle raus. Ich kaue das vorne zwischen den Zähnen aus der Zungenspitze. Also, wenn diese Geschmacksprobe, die ich immer ausspucke, weil rohe Pilze isst man nicht. Wenn die mild ist, ist der Täubling essbar. Das besagt die Täublingsregel. Ist es scharf, ist er ungenießbar. Die Floristin kennt so einige Pilzarten, die gefährlich aussehen, aber hervorragend schmecken sollen. Bei ihrem Hobby ist sie so sorgfältig, dass sie noch nie ein giftiger Pilz untergekommen ist. Ich habe mir das ja am Anfang selber beigebracht. Ich bin auf keinen Lehrgang gegangen. Ich habe einfach einen Stapel Bücher mir gekauft und habe angefangen, Pilze mit nach Hause zu nehmen, zu schnipseln und anzuschauen und zu bestimmen. Und ich habe halt so einen Pilz erst gegessen, wenn der zu 100% bestimmt worden ist. Und ich sagen konnte, das ist der. So, ah ja, das könnte es ja sein, jetzt probieren wir es mal. So etwas gibt es bei mir nicht. Also, so etwas rate ich auch niemandem. Gesundheit ist zu wichtig. Nicht nur bei den Pilzen selbst, sondern auch beim Pflücken gibt es einiges zu beachten. Pilze sammelt man jetzt einmal die, die man sicher erkennt. Die können sie auch abschneiden. Wer damit glücklich ist, Maronel schneide ich auch ab. Ich würde jetzt einen Pfifferling oder einen Steinpilz, den hole ich immer ganz raus und putzen. Und dann schneide ich die Reste weg. Also, dass man, wenn man rausdreht oder raushebelt am Pilz, dass man das Loch wieder zumacht. Das wäre ganz wichtig. Abschneiden, wenn man den Pilz wirklich sicher erkannt hat. Wenn ich jetzt den Pilz nicht sicher erkenne und möchte, damit zur Korbkontrolle oder zur Pilzbestimmung gehen, dann muss ich den ganz entnehmen. Mit diesen Tipps im Gepäck kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und wer weiß, vielleicht begegnet den Pilzfreunden da draußen auch mal ein giftig aussehender Pilz, der ja eigentlich ganz lecker ist. Und wer sich übrigens mal nicht so sicher ist, der kann mit seinen Schwammerl bei der Expertin in der Kamerstraße in Straubing vorbeischauen.